eingestrahlt hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ihr wisst ja dass ich gegen dr mentos in diesem lucky block battle verloren habe und wie soll ich sagen jetzt kommt die strafe und zwar haben wir hier alle meine minecraft server die ich so benutze und die werde ich mir jetzt alle nacheinander löschen so dass ich mir die ganzen adressen raussuchen muss randy mc löschen gomma hd löschen revinsight.tv löschen creeper games.net löschen meinsucht.net löschen und hypixel löschen ich habe mir jetzt alle server gelöscht ihr seht hier gibt es kein server mehr hier bei server hinzufügen steht auch nichts ich muss den ganzen server jetzt neu raussuchen ich habe mit denen ich aufgeschrieben und das war es schon eigentlich mit der bestrafung ich hoffe es hat euch gefallen mir eher weniger aber man steht ja zu sein verlorenen lucky block runden und ich hoffe dass ihr meinen kanal abonniert und das video liked oder halt auch disliked falls es euch nicht gefallen hat vielleicht einen kommentar schreibt der mich aufmuntert oder irgendwie vielleicht habt ihr einen coolen server den ihr kennt und den ich nicht hatte und schreibt mir doch mal in die kommentare mit server ip und ciao